In einer kleinen Stadt namens Digitalburg lebte ein junger Mann namens Lukas. Lukas war ein aufstrebender Affiliate-Marketer, der in den Tiefen des Internets sein Glück suchte. Anfangs begann er seine Reise mit ehrlichen Absichten Produkte zu bewerben, von denen er überzeugt war, dass sie einen wirklichen Mehrwert für die Nutzer bieten. Mit der Zeit jedoch begann der Glanz des schnellen Geldes Lukas, Perspektive zu trüben. Er wurde geldgierig und verlor das Interesse daran, Produkte sorgfältig zu prüfen, bevor er sie bewarb. Jedes Angebot, das ihm einen schnellen Gewinn versprach, wurde auf seiner Website beworben ohne Rücksicht darauf, ob es seinen Followern tatsächlich nutzen würde oder nicht. Lukas, Follower vertrauten ihm und seinen Empfehlungen, aber bald begannen sich Beschwerden zu häufen. Die von Lukas beworbenen Produkte erfüllten nicht die Versprechungen, die er gemacht hatte. Manchmal handelte es sich sogar um fragwürdige Angebote, die den Menschen mehr schadeten als nützten. Doch Lukas schien dies wenig zu kümmern, solange sein Bankkonto wuchs. Eines Tages erhielt Lukas eine E-Mail von einem seiner langjährigen Follower namens Anna. Anna erzählte ihm von den Schwierigkeiten, die sie durch seine Empfehlungen erlebt hatte. Sie hatte Geld für Produkte ausgegeben, die nicht funktionierten und fühlte sich von Lukas betrogen. Dies traf Lukas tief und brachte ihn zum Nachdenken. Nachdem er Annas E-Mail gelesen hatte, begann Lukas sein Tun zu überdenken. Er erkannte, dass er seine Integrität und das Vertrauen seiner Anhänger für kurzfristige Gewinne aufs Spiel gesetzt hatte. Lukas entschied sich die Richtung zu ändern und sich wieder auf qualitativ hochwertige Produkte zu konzentrieren, die er selbst getestet hatte. Er begann aufrichtige Entschuldigungen an seine Follower zu senden und sie darüber zu informieren, dass er sich geirrt hatte. Lukas investierte Zeit und Mühe, um seine Reputation wiederherzustellen. Er begann Produkte gründlich zu überprüfen, bevor er sie bewarb und legte Wert auf Ehrlichkeit und Transparenz. Mit der Zeit gewann Lukas das Vertrauen seiner Follower zurück. Seine Affiliate-Marketing-Seite wurde zu einer vertrauenswürdigen Quelle für ehrliche Empfehlungen. Lukas hatte eine wichtige Lektion gelernt. Moral dieser Geschichte? Geldgeher kann kurzfristige Gewinne bringen, aber langfristig zerstört sie das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit. Die wahre Belohnung liegt darin, Produkte zu bewerben, von denen man überzeugt ist, dass sie einen echten Nutzen bringen. Geldgeher kann kurzfristige Gewinne bringen. Geldgeher kann we美味isch. Geldgeher kann kurzfristig dinamilistisch etwas Plan Zuhaação grandes sp Whitveraaschen. Ich glaube, das war eine Aus�장be. ... Untertitelung des ZDF, 2020